Willkommen zurück zu Lesbian Macher 3, ich bin Alex von The Free Dresser und im letzten Part sind wir hier stehen geblieben Hier an genau diesem Ort Schauen wir uns jetzt hier unseren coolen Café Table Ja ruhig brauner Brauner Café Table Das kürzen wir mal kurz ab Also wir haben ja was von den Mäusen geschenkt bekommen Ah ne Quatsch, das ist falsch Wir müssen hier hoch Äh, dann müssen wir hier hoch Ähm Hier weiter lang Hier durch, hier lang, hier Hier drüber Hier runter Dann müssen wir hier nach rechts Weiter nach rechts Hier runter und nach rechts Und hier lang Und hier müssen wir absteigen Das hab ich euch schon beim letzten Mal gezeigt Okay, mach mal P.S.E., Justin Bitter und du machst P.S.E., Peaky Fire und du weißt den Frosch Den Frosch? Labe ich eigentlich Einen Pilz Bony Fühlt sich ein bisschen seltsam Big Dessin 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 Was? Du lebst Laut Gut, ähm Mache ich den Moonwalker? Ja, ne, ja, Mach den Moonwalker Lass mich fliehen Ich kann nicht fliehen Lass mich fliehen Ich hab keinen Bock auf dich Also hier Das ist Mr. Sartor, den kenne ich sogar noch aus Super Smash Bros Ja, und sie reden ihre eigene Sprache Welch allerdings bloß ein bisschen umschrieben, wenn das Englisch ist Watching Ceiling Das ist ein C, das erste Weil das beim Watching on C ist Watching Ceiling Hm, okay Oh, verdammt Nicht geschafft Äh, ich mach auf einmal wieder P.K. Oh, P.K. Flash mach ich immer Und du machst P.K. Fleese P.K. Fleese geht der nächste P.K. Thunder Oder was immer P.K. Thunder macht Boni's Guarding, weil ich Ich wollte, dass er guardet Und der ist direkt tot It didn't hit anyone Okay, ich schlampe mal drauf P.K. beeinfeldet P.K. P.K. Pony smash P-K Hulk smash P.K. Pv Good, Kommador hat eine Level Lupe Und jetzt wieder eine komische Crouch. Okay. Ich konnte nicht mit ihm reden. Ich konnte nicht mit ihm reden. Ich konnte nicht mit ihm reden. Ein Pork Trooper. What the hell? Das ist Saturn Valley. Lass es mich nicht nochmal erklären. Ich bin mir nicht mal sicher, wie ich mit diesem Platz hier umgehen sollte. Rabbit, Rabbit. Noch ein... Ja, ich mach kurz Pause. Okay. Ähm. Was sagst du mir? Wir haben diese sinnlose... Die sinnlose Dorf übernommen. Der Ort ist... Sinnlos. Aber es ändert nichts daran, dass wir großartig und allmächtig sind. Boing! Oh, ich glaube, diese Stadt hat mich angesteckt. Ob du, du musst etwas tun, ist einfach nur ein Saving. Okay. Merci beaucoup. Was ist denn hier drin? Toll, der Geruch von einem Furz. Toll ist er in der Farm, wenn da jetzt auch ein Furz drin ist. Oh, Kommantura bekommt Fieber. Black Collar... Äh, warte, Black Collar. Wen ist es gut für Boney? Geben... Wie ist es an? Boney. Boney, rüste es aus. Use. Equip. Brown Collar. Black Collar. Dass Boney keine Waffe oder anderes bekommt. Gut, ähm. Wenn ich jetzt Pock über Neffen... Wow, wow, wow. Geht hier raus. Los, los, verschwindet. Abschauen. This hole. To cliff and fire mountain. Okay. Mach nicht den Sinn wieder nochmal und nehme mir jetzt erstmal 15 Minuten auf oder so und sagt mir nichts mehr. So ein kleiner Bruder, der alle Control-Lap gespielt hat. TIE! Es macht... Grausame... Tafel... Kratzgeräusche, während es versucht, gruselgeschichte zu erzählen. Das hat mich doch irgendwie an Lissop. Wo ist die Nadel? Wo in Saturn Valley ist sie? No, no, no. Lüg nicht. Du hast gestern auch schon gelogen. Jetzt wird es besser. Oder wir werden eure Unterarmen noch einmal kitzeln. Ja, ja. Wir sind nicht gut. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Sag mich, dass sie... Dass sie sie sind. Schau sie dir. Okay, das ist doof. Hier hätte ich mich vielleicht vor aufladen sollen. Die Bum Rush. Oh, verdammt. Schwach gegen Lightning. Gut, dass ich PK Flash mache. Aber gut, funkt sie nicht bei dem. Okay, der kann... Der hört nicht mehr auf zu weinen. Der kann auch nicht mehr auf uns zu weinen. PK-File. Ähm... PK Jessen. Du machst mal live ab Beta. Du gehörst den an. Gut, äh... Jetzt sehen wir mal welche Geschichten, die nichts machen. Live ab Beta! Ja, wusch! Und die AP gehen wir nach oben. Okay, PK Jessen. Und... Ähm... PK Thunder. Oh, hat nicht funktioniert. Die... Eine Zeitbombe. Mit extremst bewegenden Momenten. PK Thunder. Ding, 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 man. Boom. Ähm... Du... Und... Mach mal PK Jessen auf alle und du heilst dich selbst und du weißt mal weiter den Fred Bot. Den war Rache. Oh, wow, wow, wow. Mach irgendwas, mach irgendwas, mach irgendwas, komm schon schon schon. PK Jessen und jetzt... Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ja, 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 schon, 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 schon. Okay, 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 schnell, 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 die Kompatoren kriegt ja auch Damage. Ah, ist jetzt überliebt. Perfekt. Alle bekommen Anführungspunkte. Boah, nächstes Mal nehmen 34. Okay. Blut. Kaputt. Blut. Ah, unser Einzeljäger-Bot. Wir brauchen den. Du müsstest sofort Bescheid sagen. Ich dachte, Mr. Fassade ist tot. Ihr werdet dafür bezahlen. Ich mache... Ich mache... Nein, nein. Ich werde sicher gehen, dass ihr dafür bezahlen werdet. Oh, hier bist du, Duster. Mann, dem geht's ja gut. Ha. Lukas. Kumatora. Boney. Gott, danke euch... Nein. Danke Gott, dass es euch gut geht. Diese netten Leute in diesem Dorf hier haben mich gerettet. Aber die anderen haben uns wieder gefangen genommen. Aber keine Sorge. Das Ei des Lichtes ist sicher. Äh, verdammt. Ist das Glück oder Unglück? Ich kann's nicht sagen. You're all lucky. Ihr seid alle glücklich. Weil er früher Lucky hieß. Haha, nein. Das ist der einzige Weg, wie ich sehen kann. Lass uns die Leute hier runterbringen. Hier runterlassen. Für jetzt. Gut. Yay. Hm. Ich sehe... Nadeln, die einen dunklen Drachen wegversiegelt haben. Hm. Hört sich an. Dann sollte ich wieder mit euch gehen. Lukas, ich komme mit. Was? Actually, we would have dragged you along with us anyway. Also, eigentlich hätten wir die... Ich bin eh mitgenommen. Dann sollen wir die Robesnake wieder mitnehmen? Ich glaube schon. Robesnake. There are some things I want... Es gibt Sachen, die ich vergessen möchte. Und manche Dinge, die ich vergessen habe. Aber habt ihr mich vergessen? Ich bin's. Die Robesnake. Entschuldige mich für den Ärger, den ich euch gemacht habe. Nein, nein. Ich bin nicht depressiv. Ich bin nicht... Nein, wirklich. Ich bin nicht depressiv. Äh, ich würde ich nicht... Until the day comes when I can be used to look at. I'll... I'll... I'll devote myself to me a bit. Ich möchte dich echt mitnehmen. Bitte halt nicht. Okay. We are... Catched... Lots. We are Mr. Saturn. Ja, das wusste ich. Always get catched. Barley tea. Sinnlos. Who saved? Die Pigmas haben uns nach den Aufenthaltsorten der Nadeln gefragt. Weißt du, wisst ihr wirklich nicht, wo sie sind? Wir wissen es. Wir wissen es. Wissen. Wir wissen. Wie sagen sie, wisst es? Danke, Kumatora. Was bedeutet, dass sie eine der Maggi-Psees getroffen haben? Ding, ding. Meet. Can go far. That way. Easy. Boing. Can go. That way means that way. I can tell by their eyes. Norden. Okay. Die sagen, wir sollen zum Vulkan im Norden gehen. Have map, give at you. Okay, that's not by the map. Jetzt sind die Pigmaskern hier auch verschwunden. Ich will gar nicht mit euch allen reden. Toll, wir können hier hoch. No problem hier. Toll. No problem hier. Und Kumatora, allein Pika Thunderbeta. Hi, hi, hi. You come buying, you can sell to. Yes, I want to sell. So von Boney. Und zwar. Wo ist denn sein Brown-Color? Yo. Kaufen wir mal für das da. Barfoot-Schoice. Kaufen wir mal das? Yes. Nein. Den Switch-Shot verkaufen wir nicht. Boing, Ribbon. Ähm. Nein, das kaufen wir mit den Leuten, die es kaufen sollen. Okay, ich mache mal Pause und equip meine Leute neu. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir anticipate ein paar Abonäuel. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.